Was sagt er? Ich hab nicht gesagt er. Ich hab dich vor einem halben Jahr gefragt, ob wir dann endlich einmal zusammenziehen. Und du? Ja, ich hab ein bisschen nachdenken müssen. Ja, du kannst ja gerne noch länger drüber nachdenken. Der Luca ist extra wegen mir aus Potenza hoch am Gardasee gezogen und hat eine Pizzeria gepachtet. Pizzeria? Ja, eine Pizzeria. Pizzeria Potenza. Ja, aber bei so einem Lokal, da ist man doch den ganzen Tag auf dem Bein hin und da kriegt man leicht Krampfade. Ja, und du merkst doch eh schon dazu. Oh mein Gott, der Eberhofer ist so ein Volldepp. Haben Sie jetzt Ärger mit der Mafia? Das war der Küstner. Der Küstner. Der Psychopath ist seit der Woche abgängig. Warum soll jetzt der Küstner Ehrener einen Schweinskopf ins Bett legen? Schließlich war ich derjenige, der dir hinter Schloss und Riegel gebracht hat. Wenn ich rauskomme, bring ich dich an. Wir fahren jetzt zu Ihnen. Was tun wir da? Ich übernachte da. Und wer ist das? Das ist mein Vater. Den hätte er mir jetzt ganz anders vorgestellt. Ich mir auch. Brudi, du musst mir ja helfen, einen Küstner zu finden. Warum ist ausgerechnet ich? Weil der Moracek jetzt bei uns am Hof hockt. Ihr habt den Vollschuss, oder? Ja, Mann. Und weil mir der Moracek dermaßen auf den Sack geht, dass ich ihn demnächst selber umbringen werde. Braucht ihr noch ein drittes Dramisie? Herr Moracek, Mäuse fängt man immer noch am besten mit Speck. Ich spiele nicht die Mausefalle für den Küstner. Wir sind die Falle. Sie sind der Speck. Ich bin kein Speck. Du, geh weiter. Bring den Küstner zur Strecke. Zu was hat man dir den Polizist werden lassen. Die Oma wird nicht geschobst. Hast du das kapiert, du Zipfelklatscher? Das war der Anschlag. Das kann ich mir lebhaft vorstellen, wie er euch der Küstner zum Saufen um Kissen zwingt. Hast du der Uschi etwa ein Tiramisu gegeben? Ja. Sag mal, spinnst du? Da ist doch Alkohol drin. Und Espresso. Ich suche nach Geheimwohnschaften. Du, Franz, ich brauche auch die Condition. Wir fahren nach Italien. Wer mir? Ja, mir! Okay, Louis. Ich weiß, du, Franz. Wenn ich mit dem Typen fertig bin, darfst du in keinen Schuh mehr rein. Scheiß Italien. Geheimoperation. Supergeheim. Und ich sehe mit der Pizza. Überhalb haben wir ihn heute schon getrunken. Sieben halbe, fünf Tschecke und ein Radler. Das ist jetzt aber nicht so ein versteckter Kamerabumstings, wo ich mir nachher total verarscht vorkomme, oder? Nein.